Dann gehe ich ein bisschen näher ran und dann wird das schon gehen, bevor Sie mir doch sagen, am Ende der schwächelt, das will ich doch nicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe zahlreich anwesende Mitglieder, Freunde und Förderer unserer AfD, geschätzte anwesende Pressevertreter, ich habe mal gezählt, ich sehe vier Kameras auf mich gerichtet, oha. Ja, nicht zuletzt und sogar ganz besonders, liebe Interessenten, die Sie heute vielleicht zum ersten Mal überhaupt eine Veranstaltung der AfD besuchen. Noch näher ran, da muss ich es gleich gleich doch in die Hand nehmen, müssen wir mal schauen. Klappt das da hinten mit dem Hören jetzt? Ja, noch näher ran, naja gut. Sie haben noch nichts Maßgebliches verpasst, ich möchte Sie zunächst einmal alle ganz, ganz herzlich willkommen heißen, Vielen Dank, dass Sie da sind und ich möchte Ihnen den Dank ausdrücklich auch einbeziehen, Martin Renner hat es ja schon gesagt, die Wirtsleute dieses Gasthauses Haus Häusken, die den Mut haben, diese Veranstaltung hier abzuhalten. Leider ist es so, dass man dazu heute Mut braucht. Herzlichen Dank dafür. Umso mehr danke ich Ihnen, da ja nun die Anfeindungen gegen unsere Partei und die Besucher unserer Veranstaltung leider zu teilen auch, ein Ausmaß angenommen haben, das jedem demokratischen Diskurs hohen spricht. Einige von Ihnen haben sich, glaube ich, da draußen ein kleines Bild davon machen können, wobei, soweit ich das mitbekommen habe hier bei der Antwort, dass hier relativ harmlos war, ich habe das auch schon sehr viel heftiger erlebt, das sind Menschen, die machen ziemlich viel Radau, die skandieren Parolen, in denen sie allen Ernstes behaupten, wir seien heute hier zusammengekommen, um unsere angebliche Hetze gegen Flüchtlinge, ausländischen Mitbürger und Andersdenkende hier fortzusetzen. Mit genau dieser Wortwahl, ich höre das immer wieder. Meine Damen und Herren, sofern tatsächlich irgendjemand unter Ihnen sein sollte, der eine solche Hetzveranstaltung erwartet, vielleicht mit der Erwartung gekommen ist, so wird er am Ende bitter enttäuscht sein. Nichts dergleichen findet nämlich bei uns bei der AfD statt, weder in Düren noch anderswo. Stattdessen werden Sie bei uns das erleben, worauf unsere Partei von Anfang an größten Wert gelegt hat. Und was unsere politischen Gegner von den Kartellparteien, und ich nenne sie bewusst Kartellparteien, das wird im Laufe des Vortrages noch deutlich werden, warum, offenbar mittlerweile fürchten wie der Teufel das Weihwasser. Nämlich die sachliche Auseinandersetzung mit den Problemen dieses Landes verursacht durch eben jene Kartellparteien. Das ist das, wofür wir angetreten sind, und nicht, wie man uns allen Teilen immer wieder fälschlich unterstellt, zum Hetzen. Aber so sehr Sie dies auch fürchten und uns mit unfairen Mitteln bekämpfen, diese Kartellparteien kommen an uns nicht mehr vorbei. Mit jeder Wahl in Deutschland erreichen wir mehr Einfluss in unserem Land. Und deshalb steht mein heutiger Vortrag auch unter dem Motto, AfD wirkt. Und ich will Ihnen das versuchen, im Laufe des Vortrages ein Stück weit zu illustrieren. Man muss nicht regieren, um zu wirken. Und wir wirken ganz beträchtlich in diesem Land. Ich hoffe, ich werde Ihnen das im Laufe der nächsten Stunde deutlich machen können. Wir wirken in den Parlamenten, in den Talkshows unserer Mediendemokratie. Und was das Wichtigste ist, in der täglichen Diskussion der Bürger untereinander. Wir sind Thema in diesem Land, meine Damen und Herren. Und das geht sogar so weit, dass unsere Vorschläge mittlerweile ganz selbstverständlich von Vertretern der Kartellparteien vorgebracht werden. Allerdings ohne Quellenangabe. Doch dazu nachher mehr. Also die kopieren uns ganz einfach und geben das dann als ihres aus. Das ist ganz lustig, wenn man im Landtag sitzt, dann bekommt man erstmal richtig mit, welche Dimension das inzwischen hat. Zuerst möchte ich Ihnen ein ganz aktuelles Beispiel zum Thema AfD wirkt benennen. Aus meiner eigenen Landtagsarbeit, die, wie Sie vielleicht wissen werden, in Baden-Württemberg stattfindet. Vielleicht ist es ja bis zu Ihnen vorgedrungen, dass es im Landtag von Baden-Württemberg vor nicht einmal zwei Wochen einen Hauruck-Beschluss gab, der in absoluter Rekordgeschwindigkeit durchgepeitscht wurde. 30 Stunden für das gesamte Gesetzgebungsverfahren. Es ging um die Verbesserung der Abgeordnetenausstattung und es ging um die Altersvorsorge der Abgeordneten. Beide Beschlüsse, die da getroffen wurden, gewähren den Abgeordneten ein üppiges Plus. Und deshalb haben wir beide Beschlüsse auch vehement abgelehnt. Und nur von uns wurde das abgelehnt. Man muss ja fernishalber sagen, die Altersbezüge wurden von einer weiteren Kleinstfraktion namens FDP auch abgelehnt. Aber alles andere haben die mitgetragen. Mit anderen Worten, die Kartellparteien haben sich in Summe mal wieder satt bedient. Und sie haben gedacht, sie haben ernsthaft gedacht, sie kämen damit ungeschoren durch. Und damit das möglichst wenig Aufsehen gibt, haben die das eben in Rekordgeschwindigkeit durch Parlament und Ausschüsse gepeitscht. Der Protest, auch und gerade durch unsere AfD-Fraktion im Landtag lautstark artikuliert, war so groß, dass man sich nun bei CDU, Grünen und SPD gezwungen war, zumindest in der Pensionsfrage zurückzurudern. Und während gerade eben Herr Renner sprach, kriegte ich auf mein Handy eine kleine, ich muss das vorlesen, weil das so schön ist, einen kleinen Gesetzentwurf der Fraktionen Grüne, der Fraktionen der CDU, der Fraktionen der SPD und der Fraktionen der FDP, genannt vom heutigen Tage, aktueller geht es wirklich nicht, Gesetz zur Aufhebung des Gesetzes zur Änderung des Abgeordnetengesetzes. Wortlaut. Sie verstehen, das musste ich zitieren. Kurzum, hier geht es um die Rücknahme des Gesetzes, das man am 10. Februar 2017, also vor elf Tagen im Parlament, beschlossen hat. Wie sagte ich? AfD wirkt, meine Damen und Herren. Herr Dr. Meuthen, Entschuldigung, man kann Sie hinten immer noch nicht verstehen, man hat mir gerade Bescheid gesagt. Dann mache ich folgendes, dann nehme ich das raus und nehme das zu. Sehr schön, danke schön. Damit die Freude an solchen Vorkommnisten auch dem ganzen Saal zuteil wird. Gut, dann mache ich das ab jetzt so. Und nun soll also eine Expertenkommission klären, ob das alles rechtens ist. So macht man das immer bei den Kartellparteien, wenn man sich nicht selbst die Finger schmutzig machen möchte. Und wenn ich mal nicht weiter weiß, dann gründe ich einen Arbeitskreis. Das ist so ein bisschen die Logik dahinter. Sie sehen also, AfD wirkt, allerdings muss man realistisch bleiben. Und auch das gehört zur Wahrheit. Wir wirken, aber wir wirken noch lange nicht genug. Und das wird auch so bleiben, bis wir endlich genug Stimmen bekommen, um aus der Regierungsverantwortung heraus die Geschicke dieses Landes stärker gestalten zu können, als das bislang der Fall ist. Denken wir dieses gerade erwähnte Beispiel nämlich zu Ende, dann wird das Spiel wie folgt weitergehen. Und diese Prognose wage ich. Durch diese Expertenkommission, die ich gerade erwähnte, wird man die Zeit bis zur Bundestagswahl geräuschlos überbrücken. Dann wird man die Ergebnisse präsentieren und dann wird alles so bleiben, wie man es vorher schon beschlossen hat. Aber erst nach der Bundestagswahl. Den Sachverhalt kann man im Grunde genommen binnen zwei Wochen locker klären, auch mit einer Expertenkommission. Aber ich sage Ihnen, das gibt eine Hängepartie und es ist schon angekündigt, dass man binnen Jahresfrist hier zu Ergebnissen kommen will. Sie sehen, wir brauchen noch mehr Stimmen. Das gilt in meinem Bundesland Baden-Württemberg, das gilt in Nordrhein-Westfalen und das gilt auch und selbstverständlich auf Bundesebene. Das ändert natürlich nichts daran, dass wir mit wahrlich sensationellen Ergebnissen im letzten Jahr fünf weitere Landtage erobert haben. Und das macht Mut für die Wahlen dieses Jahres. Echte Paukenschläge waren das. Und sie waren laut genug, dass man in den Kartellparteien gemerkt hat, dass man nicht dauerhaft gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung regieren kann. Zur Erinnerung. Wir sind im Jahr 2016 in allen Ländern zum ersten Mal überhaupt angetreten, starteten also überall auf Level Null. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wurde die AfD jeweils drittstärkste Kraft im Landesparlament. In Baden-Württemberg 15,1 Prozent. Ich freue mich noch immer daran, dass wir stärker waren als die SPD. Das werden wir vielleicht bei der Bundestagswahl nicht ganz schaffen, aber wir können ja daran arbeiten. In Rheinland-Pfalz mit zwölf... Obwohl, wer weiß, wer weiß. Die haben einen solchen Kanzlerkandidaten, dass da auch noch einiges geht. Im Moment sind die gehypt, aber der wird sich schon noch entlarven. Er hat noch ein halbes Jahr Zeit und wir arbeiten mit an dieser Entlarvung. In Sachsen-Anhalt war die Entwicklung noch deutlicher. 24,3 Prozent zweitstärkste Kraft auf Anhieb. Und sehr erfreulich... Das ist immer noch ein Applaus wert, in der Tat. Sehr erfreulich war die Wiederholung des Erfolges zweitstärkste Kraft dann in Mecklenburg-Vorpommern. Auch mit über 20 Prozent. Da war die AfD stärker als die CDU. Und das im Heimatland der Kanzlerdarstellerin. Ich habe eine andere Diktion, als Herr Hanna, der von der Kaiserin Angela spricht. Ich nenne sie immer die Kanzlerdarstellerin. Und zwar deswegen, es tut mir leid, ich kann diese Person wirklich nicht mehr anders bezeichnen, in Anbetracht ihrer katastrophalen Politik, ein Kanzler oder eine Kanzlerin hat dem Wohle des deutschen Volkes zu dienen. Und das kann ich hier nun wahrlich nicht erkennen. Selbst im traditionellen links-rot-grünen Berlin gelang unserer jungen Partei mit 14,2 Prozent einen von den Gegnern nicht für möglich gehaltener Erfolg. Spätestens in Berlin dachten die, gehen die im Bach runter, weil Berlin ist sowas von links. Das wird nichts. Aber so kann man sich täuschen, Sie sagen es, so kann man sich täuschen. Auch da waren wir eben hoch erfolgreich. Und da ist nun Angst. Und damit meine ich nicht nur die Konsensparteien, die bekanntlich Angst haben um ihre Futtertröge. Ich meine auch Menschen an bestimmten medialen Schalthebeln dieses Landes, die keine Gelegenheit auslassen, uns aber tüchtig eine reinzuwirken. Ist Ihnen zum Beispiel schon mal aufgefallen? Sobald eine Meldung kommt, die unsere Partei zum Gegenstand hat, überschlagen sich die Journalisten förmlich damit, wie sie es nennen, einordnende Bezeichnungen vorzunehmen. Da bedarf es also der Einordnung. Und die beliebteste Einordnung ist die, die Rechtspopulisten von der AfD. Das ist ein Kampfbegriff, Rechtspopulismus. Der ist zwar nirgends widerspruchsfrei definiert, und das macht ihn so gefährlich. Dann kann er nämlich praktisch überall und gegen alles und jeden eingesetzt werden. Und das geschieht hier. Es hört sich irgendwie bedrohlich an. Keine freundliche Vokabel, ich glaube, das ist jedem klar. Jedenfalls bedrohlich genug, um verschreckte Bürger davon abzuhalten, sich überhaupt nur näher mit unserem Programm zu beschäftigen. Und das ist übrigens das, was wir im Kern wollen. Wissen Sie, als guter Demokrat muss man akzeptieren, dass wenn man sich mit unserem Programm beschäftigt und man ist dann anderer Auffassung und hält das alles für nicht der eigenen Position entsprechend, ja dann wählt man uns eben nicht. Und wenn das 60, 70 Prozent in unserem Land nicht tun, dann haben wir immer noch genug, um hier richtig was zu erreichen. Aber das ist das, was wir wollen, dass man sich mit unserem Programm beschäftigt, dass man endlich an die Inhalte dieser Partei rangeht. Und man sagt, Sie sagen ja immer, Sie wollen uns in unseren Inhalten entlarven. Und das, meine Damen und Herren, was da stattfindet, hat dann oft, ich sage nicht immer, Sie werden das Wort Lügenpresse von mir niemals hören, aber oft hat es mit objektiver Berichterstattung wirklich nichts mehr zu tun, aber allerlei mit Gesinnungsjournalismus. Und mit einem solchen Verhalten können die Medien, so viel Schelte darf sein, die an sie gestellten Erwartungen nach unserer Überzeugung gewiss nicht erfüllen. Hierzu gehört in der modernen Informationsgesellschaft ganz eindeutig den demokratischen Diskurs, um dessen Willen wir hier angetreten sind, überhaupt erst zu ermöglichen und das in fairer Art und Weise. Und ich sage nochmal, es gibt Ausnahmen, wo das durchaus geschieht. Sogar im öffentlich-rechtlichen Bereich gibt es vereinzelte Ausnahmen, wo das geschieht. Das will ich nicht unerwähnt lassen, aber es ist ein zartes Pflänzlein. Das grundgesetzlich vertretbare Meinungsspektrum beschränkt sich keinesfalls nur auf den rot-grünen Bereich und das muss dann auch in den Medien mal langsam klar werden. Besonders problematisch hierbei ist ja, dass Frau Merkel, die CDU in ganz grundsätzlichen politischen Fragen, ich nenne hier neben der Einwanderungspolitik die mir besonders am Herzen liegende Bildungspolitik, aber auch Fragen der Schuldenvergemeinschaftung, Stichwort Euro-Rettung, mittlerweile die CDU ganz eindeutig, man kann das nicht anders sagen, im linken Spektrum positioniert hat. Dort im linken Spektrum hieß es schon immer, dass Grenzen etwas Nationalistisches seien und daher überwunden werden müssten. Und zwar am besten mit einer Abschaffung Deutschlands, das dann aufgehen könne in einem vereinigten Europa. Angedacht ist hier wirklich ein Staatsgebilde, die Vereinigten Staaten von Europa. Und dazu passt dann auch, wenn man dieser Denklogik folgt, eine Eurohaftungsunion mit deutschen Steuergeldern und den Spareinlagen der deutschen Bürger. Die eignen sich nämlich ganz hervorragend, um die Schuldenparty der europäischen Rotweinstaaten zu finanzieren. Und genau das geschieht, doch dazu später mehr. Ich will da Herrn Schulz nicht unerwähnt lassen. Wissen Sie, einerseits sind das Vorhaltungen an die Kanzlerin, ohne jede Frage. Auf der anderen Seite seien Sie sich bitte darüber im Klaren, und das werden wir im Wahlkampf deutlich machen, was dieser Martin Schulz in Europa als Vorzeige Europäer für eine Politik gegen das eigene Land angerichtet hat. Und zwar in Permanenz. Martin Schulz steht wie wenige für diese Vereinigten Staaten von Europa, ein Europa vermeintlicher Eliten, die uns in dieser Ausgestaltung der Europäischen Union jedenfalls ganz sicherlich zum Nachteil gereichen. Kaum einer steht dafür so wie Schulz, Juncker und einige wenige andere. Das wird gerne übersehen. Und da müssen wir angreifen und da werden wir angreifen. Wir haben ein halbes Jahr Zeit, das den Bürgern dieses Landes klarzumachen und das werden wir tun. Mir geht es hier zunächst einmal darum, klarzumachen, dass wir seit Merkels radikalen Linksschwenk die einzige wirklich konservative, freiheitliche und zugleich patriotische Kraft in diesem Land sind. Und genau das, und das markiert unseren Erfolg, merken in diesem Land immer mehr Menschen. Diese Bürger wollen nicht länger von Merkels Politik überfahren werden oder sich gar von SPD-Größen als Pack beschimpfen lassen. Sie wollen nicht ständig vom Staatsfernsehen und der linkslastigen Presse umerzogen werden. Was die Bürger in diesem Land wollen, und ich nehme an, viele von Ihnen sind aus diesem Grund auch hier, sie wollen endlich wieder gehört werden und sie wollen, dass sich endlich etwas ändert in diesem Land. Und das, was sich da ändern soll, das ist gar nicht so hochintellektuell. Wir wollen im Grunde genommen nichts, nicht mehr als das, dass sich die Politik wieder zurückbegibt auf einen Weg des gesunden Menschenverstandes, den wir ganz offenkundig in nahezu allen Politikfeldern, einige werde ich gleich markieren, verlassen haben. Und diese Bürger haben nach Jahren des Kopfschüttelns, weil manche muss man fast schon sagen, nach Jahren der Verzweiflung, endlich wieder eine politische Heimat gefunden. Und meine Damen und Herren, diese Heimat, das sind wir. Wir sind die einzige wirkliche Alternative für Deutschland. Herrn Schulz wird es nicht gelingen, sich als Alternative zu etablieren. Der ist wirklich Establishment pur. Mehr Establishment als Schulz geht nicht. Ob Sie Schulz oder Merkel wählen, ist letztlich völlig egal. It's all the same. Und wir sind gekommen, um zu bleiben. Und wir haben vor, dieses Land, unsere Heimat, endlich wieder auf einen guten Weg zu bringen. Manchmal, ich habe das mal auf dem Stuttgarter Parteitag gesagt, manchmal haben auch Vertreter der Kartellparteienrechte, da hatte der Herr Maas gesagt, die AfD, das seien ganze üble Gesellen, die wollten Deutschland verändern. Die wollten ein anderes Deutschland machen. Und da habe ich gesagt, ja, Recht hat er. Das war dieser Spruch von dem links-rot-grün-versifften Deutschland, der mir dann lange nachhing, aber ich stehe dazu. Es wird wirklich höchste Zeit dazu. Die Politik der letzten Jahre hat die Weichen grundfalsch gestellt. Deutschland braucht dringend sein denn je, so meine felsenfeste Überzeugung, eine starke politische Kraft, die genau diese drei schon angedeuteten Strömungen in sich vereint. Einen modernen Konservativismus, eine konsequente Freiheitlichkeit, und zwar eine echte und keine FDP-Freiheitlichkeit, denn es ist keine, und einen gesunden Patriotismus getragen von allen Bürgern guten Willens, denen das Wohl unseres Landes und seiner Menschen am Herzen liegt. Das ist das, was wir im Kern im Sinn haben. Und diese Menschen gibt es ziemlich viele. Das sind die, die uns wählen. Wir alle, und das Bewusstsein scheint mir zu wachsen, und deswegen erstarken wir auch, Wir alle haben nur diese eine Heimat. Und wenn wir Bürger als Bürgerstaat diese Heimat nicht in unserem Sinne gestalten, dann werden es andere für uns tun, aber eben nicht im Sinne von uns Bürgern. Und auf diesem Weg sind wir leider eingeschwenkt. Das haben sie auch schon in den vergangenen Jahren getan. Allerdings waren die Ergebnisse nicht so unmittelbar für alle Bürger sichtbar, wie das nun ab dem Jahr 2015 von Frau Merkel und ihren Komparsen angerichtete Asylchaos. Das war dann des Schlechten doch wohl einfach zu viel. Und wenn man sagt, die AfD hat davon profitiert, ja klar haben wir davon profitiert. Jede Opposition wird davon profitieren, wenn die Regierenden ein Chaos anrichten. Das ist völlig logisch und das ist uns auch nicht zum Vorwurf zu machen. Das war des Schlechten einfach zu viel. Das Fass war vorher schon ziemlich voll. Die illegale Grenzöffnung von Frau Merkel und der SPD brachte es dann zum Überlaufen. Das übersehen viele, die es sich viel zu einfach machen, unseren Erfolg zu erklären. Die sagen, die Flüchtlingskrise sei es, allein die mache uns so stark. Daran ist wenig bis nichts richtig. Wie so oft übrigens bei stark vereinfachenden Erklärungsmustern. Das war schon 2013 falsch, als die Erklärung noch hieß, die haben nur ein Thema, nur war das damals nicht Flüchtlingskrise, damals war es eben die Euro-Krise. Zunächst ist ja schon das Wort Flüchtlingskrise so nicht zutreffend, denn es behauptet etwas, was so pauschal nun mal einfach nicht stimmt. Es behauptet nämlich, dass alle die vielen Menschen, die bis heute Tag für Tag in unser Land einreisen, alleine 2016 waren es übrigens weitere 300.000, dass alle diese Menschen Flüchtlinge seien. Schutzsuchende. Meine Damen und Herren, zum Teil sind das nicht Schutzsuchende, sondern Schatzsuchende. Was ich Ihnen übrigens nicht zum Vorwurf machen würde, wenn man die Gelegenheit dazu schafft, dann tun die das. Auch dazu vielleicht gleich noch einen Satz. Darunter sind Menschen, die da zu uns kommen, die wirklich Flüchtlinge vor Krieg und Verfolgung sind, die gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention Schutz in einem sicheren Land in Anspruch nehmen können. Wohlgemerkt, in einem sicheren Land von Deutschland als einzigen berechtigten Zielort für alle Verfolgten dieser Welt steht nichts in der Genfer Konvention. Sehr wohl steht aber in unserem Grundgesetz, genau genommen in Artikel 16a Absatz 2, dass niemand, der über ein sicheres Land einreist, wie zum Beispiel Österreich oder die Schweiz, in Deutschland Anspruch auf Asyl hat. Das steht bei uns im Grundgesetz. Damit wir hier keine Missverständnisse aufkommen lassen. Auch wir von der Alternative für Deutschland wollen also, das wird gerne hinten runterfallen gelassen, auch wir wollen, dass Menschen in elementarer Not geholfen wird. Über Ort und Art der Hilfe muss aber in einer Demokratie vorher diskutiert werden, anstatt einfach unumkehrbare Fakten zu schaffen. Und dass diese in sehr vielen Fällen unumkehrbar sind, das ist nun unübersehbar. Weil wenn sie einmal hier sind, werden wir sie niemals alle wieder loswerden. Das ist nun mal einfach so. Auch dazu gleich noch ein paar Worte. Neben den genannten wirklich vor Verfolgung Flüchtenden gibt es aber eben auch nicht wenige Menschen, die keine Flüchtlinge sind. Die also aus Staaten kommen, in denen sie zwar deutlich schlechtere Lebensbedingungen als hier in Mitteleuropa, speziell in Deutschland, vorfinden, in denen sie aber nicht verfolgt und nicht unmittelbar bedroht sind. Das sind die von mir eben etwas ironisch sogenannten Schatzsuchenden. De facto werden auch von diesen die meisten bei uns bleiben. Und das ist mit enormen Belastungen für uns alle verbunden, die wir so langsam zu spüren bekommen. Einige etwas schneller, andere etwas langsamer. Natürlich merken das die Bürger und natürlich sind diese Bürger froh, dass es mit uns nun wenigstens eine bedeutsame demokratische Alternative gibt, die diese Dinge zumindest anprangert, die sie zu ändern trachtet. Und doch, es ist im Kern nicht die Völkerwanderung, die da eingesetzt hat, die uns diesen enormen Zuspruch beschert hat, sondern es ist etwas anderes, was damit zu teilen jedenfalls in Zusammenhang steht. Natürlich, natürlich ist mitentscheidend auch die sehr verbreitete, umfassende Unzufriedenheit mit den politischen Angeboten der sogenannten etablierten Parteien. Vertreter dieser Parteien, Sie kennen das gewiss, sprechen seit Jahrzehnten gerne davon, der Bürger habe ihnen das Vertrauen ausgesprochen. So ein klassischer Spruch an Wahlabenden. Und in der Tat, so ganz falsch ist das gar nicht, die Politik hierzulande war über Jahrzehnte hinweg geprägt von großem Vertrauen der Bürger zu ihren Volksvertretern, zu ihrer Regierung, übrigens auch zu ihrer Bürokratie. Manche würden auch sagen, es handelte sich geradezu um ein blindes Vertrauen. Im Ausland beschrieb man die Deutschen deswegen gerne auch als obrigkeitshörig. Und zum Teil ist es richtig. Es schien in unseren Breiten weitgehend unvorstellbar, dass eine Regierung nicht zum Wohle des deutschen Volkes handeln und Schaden von ihm abwenden werde. Nebenbei sei bemerkt, alle diese Formulierungen, die ich hier erwähne, stehen so im Grundgesetz, Artikel 56. Und das ist auch gut so, denn das Staatsvolk ist eines der drei konstitutiven Elemente eines Staates. Neben Staatsgebiet und Staatsgewalt auch das Staatsvolk. Die Parteien hier in Nordrhein-Westfalen schert das indessen wenig. Das deutsche Volk hat man im letzten Jahr klammheimlich und mit Zustimmung aller derzeit im Landtag vertretenen Parteien aus der Eides-Formel gestrichen. So einfach geht das. Und das ist keine Petitesse. Das ist wichtig. So einfach geht das. Man schwört in Zukunft, die Kraft dem Wohle des Landes Nordrhein-Westfalen zu widmen. Vom deutschen Volk ist dann nicht mehr die Rede. Dieser nächste Schlag gegen unser Nationalbewusstsein ist übrigens für die Grünen ein, Zitat, wichtiges integrationspolitisches Signal. So hört man es aus dem Lager der Grünen. Die Durchsetzung einer, nochmal Zitat, diskriminierungsfreien Eides-Formel sei ein politischer Erfolg. Und das geht weiter. Wissen Sie, Frau Merkel spricht statt von Deutschen ja inzwischen auch, Sie haben es gesagt, nicht mehr von Deutschen, sondern sie spricht von den schon länger hier Lebenden. Meine Damen und Herren, das ist gruselig. Nicht nur sprachlich, es ist auch inhaltlich gruselig. Und es kann darauf nur eine Antwort der Bürger geben, nämlich die schon länger hier Regierenden bei der nächsten Wahl ins Abseits zu stellen und sie endlich abzustrafen. Das ist alles kein Erfolg, was die da machen und als solchen verkaufen, das ist ein weiterer Beleg zu einer schrittweisen und sich deswegen unbemerkt vollziehenden Abschaffung Deutschlands. Und ein weiterer Beleg für meine gerade eben genannte These, dass sich das Bewusstsein der handelnden Politiker offenbar dramatisch geändert hat. Wir haben es heute größtenteils mit Politikern zu tun, die dem Anspruch ihres Amtseides nicht mehr gerecht werden. Politiker ohne jede Grundposition, weder ethisch noch politisch. Politiker, die von Werten sprechen, besonders gerne in Sonntagsreden, die sie meistens nicht einmal konkret nennen, geschweige denn, dass sie sie zu definieren wüssten. Politiker, die vermeintlichen Stimmungen hinterherlaufen, sich aus Angst vor Shitstorms in allgemeine Phrasen flüchten und bei denen Handeln und Reden nicht im Einklang stehen. Ich weiß auch nicht, warum mir jetzt gerade der Name Seehofer in den Sinn kommt. Doch, ich weiß es schon, weil ich dessen Lippenbekenntnisse kenne. Seehofer ist sozusagen 1 zu 1 AfD-Thematik, nur machen tut er das nie. Bei Seehofer, achten Sie mal darauf, haben Worte und Taten eine so eklatante Lücke, das ist schier unfassbar. Wenn Sie ihm zuhören und sagen, mal zuhören, was der sagt, dann ist das alles im Grunde genommen das, was wir auch sagen. Mit dem einen Unterschied, er ist Mitglied einer Regierungspartei und die tun das nicht. Und das hat schon Aussagekraft. Früher, da gab es noch klarere Überzeugungen und auch Werte. Diese wurden auch dann nicht geopfert, wenn es damit rechnerisch zur Macht nicht ganz reichte. Eine Koalition, bitte, von CDU und Grünen, wie wir sie mittlerweile in zwei Bundesländern haben, undenkbar. Und zwar sowohl schwarz-grün als auch wie bei uns grün-schwarz. Es ist letztlich auch völlig egal, es ist alles das Gleiche. Ganz zu schweigen von einer Koalition der Grünen mit der CDU als Juniorpartner. Das wäre bis vor kurzem regelmäßig ein Grund gewesen, jedenfalls in Baden-Württemberg, das kann ich Ihnen berichten, denn das Bundesland kenne ich ganz gut, obwohl ich hier aus NRW stamme, am geistigen Zustand dessen zu zweifeln, der so einen Gedanken überhaupt geäußert hätte. Aber selbst das ist für die machtgierige CDU heute kein Tabu mehr, an dem sie noch einen letzten Rest an Orientierung hätte finden können. Alle diese Parteien unterscheiden sich längst nicht mehr wirklich. Und das ist mein Vorwurf an diese Parteien in echten Positionen. Deshalb können sie praktisch beliebige Koalitionen eingehen und tun das auch. Also diese Landtagswahlen im letzten Jahr, die haben ja allerlei lustige Koalitionen zutage gefördert. Ampel ist dabei, wie wir es in Rheinland-Pfalz haben, noch eine der bekannteren. Je nach prozentualer Arithmetik ergeben sich aber auch völlig andere Konstellationen. Wir haben zum Beispiel in Sachsen-Anhalt eine sogenannte Kenia-Koalition. Also grün, schwarz und rot. Nebenbei, bei den dort vertretenen Farben könnte man besser auch von einer Afghanistan-Koalition sprechen. Aber dieses Bild wollte man wohl in den Medien nicht transportieren. Darum sagt man Kenia-Koalition. Nun gut. Aber ganz egal, ob Kenia oder Afghanistan, die Bürger spüren, es ist eigentlich ziemlich wurscht, ob etwa in Baden-Württemberg grün mit rot oder mit schwarz oder schwarz mit rot koaliert, weil nämlich das frühere schwarz sowieso längst zum heutigen rot geworden ist. Die CDU ist nach zehn Jahren sogenannter Führung von Angela Merkel längst zur eigentlichen SPD geworden. Und mit den Grünen gesellt sich zu diesen zwei sozialdemokratischen Parteien, die wir schon haben, noch eine dritte hinzu, noch weiter links angesiedelt als die SPD und mit dem grünen Männchen drüber gehängt, damit es ein bisschen nach was anderem ausschaut. Und sobald es um die Chance geht, an die Futtertöpfe der Republik zurückzukehren, kommt noch eine vierte Partei herausgekrochen, die es auch schon lange gibt, die geradezu hemmungslos sozialdemokratisch agiert, wenn sie nur mitregieren darf. Dieses Mäntelchen ist gelb. Sagt Ihnen vielleicht auch was, das ist die FDP. Im Kern handelt es sich also um einen zutiefst freiheitsfeindlichen, sozialdemokratisierten, den Staat über das Individuum und die Familie stellenden politischen Einheitsbreiten. Eine einzige Ausnahme, das sei konzidiert, stellt in diesem ganzen Spektrum die Partei Die Linke dar. Die stehen tatsächlich für abweichende Positionen und stellen insoweit eine Alternative dar. Das will ich Ihnen gerne zugestehen. Sie stellen eine Alternative aber nur für diejenigen dar, die keine freiheitsliebenden Menschen sind. Nicht für Menschen, die dem Staat eine sinnvolle, enge Beschränkung über dessen Eingriff in das Leben der Menschen auferlegen wollen, denn Die Linke will genau das Gegenteil. Mit anderen Worten, die Menschen sind als Wähler seit vielen Jahren in Scheinalternativen gefangen, die tatsächlich keine sind. Nun sind Menschen aber lernfähig gewesen, die derlei, wenn nicht sofort, dann doch mit der Zeit begreifen. Und so begreifen eben immer mehr Menschen, dass sie keine der beliebig gewordenen Einheitsparteien, CDU, SPD, Grüne, FDP mehr wählen können. Um nur einige wichtige Beispiele zu nennen. Welche dieser Parteien wollen Sie zum Beispiel wählen, wenn Sie die Euro-Gemeinschaftswährung für ein völlig verfehltes Konstrukt halten? Das Haftungsrisiken in sich birgt, die völlig idiotisch sind und die für jedermann klaren Verstandes offensichtlich nicht funktionieren können. Wen wollen Sie wählen, wenn Sie die vermeintliche Griechenland-Rettung für völlig verfehlt halten? Und ohne Aussicht auf Erfolg. Sie werden sehen, geht bald weiter. Das geht in diesem Sommer wieder richtig in die nächste Runde rein. Es wird sich fortsetzen. Über die Tage zu halten rede ich hier erst gar nicht. Wenn Sie einen undemokratischen EU-Superstaat, wie ihn sich ein Martin Schulz offensichtlich erträumt, nicht wollen, wen wollen Sie dann wählen? Sie wissen schon, jener Schulz, der sich als EU-Parlamentspräsident, auch das wird wenig beachtet, 365 Tagessätze pro Jahr auszahlen liest, 304 Euro pro Tag, macht 110.000 Euro roundabout in der Summe, weil ein Herr Schulz eben jeden Tag im Dienst ist. Also auch am ersten Weihnachtstag und am Ostersonntag. Herr Schulz ist immer im Dienst gewesen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Wen wollen Sie wählen, wenn Sie die sogenannte Energiewende zu Zwecken der Klimarettung für abenteuerlich verfehlt halten? Wenn Sie von der Verspargelung unserer wunderschönen Kulturlandschaft wenig halten, wir sind gerade über die A61 hier reingefahren, ich kenne das sehr, sehr gut, weil ich diese Strecke häufig fahre und ich kenne Rheinland-Pfalz aus meinen Zeiten als Segelfieger sehr gut, damals gab es all diese Windräder noch nicht. Hunsrück, Rheinhessen, das heute alles zu verspargelt, aber nicht mit richtig schönen Spargel, sondern mit diesen Windrädern, über deren Energienutzungsgrad man sich hier trefflich auslassen könnte, aber das würde hier zu weit führen. Wen wollen Sie wählen, wenn Sie aus guten Gründen ein mehrgliedriges Schulsystem für vernünftig halten und kein Freund von Gemeinschaftsschulen sind? Wen wollen Sie wählen, wenn Sie Gender Mainstreaming für eine Wirklichkeitsferne, den Menschen in seiner Natur als Mann und Frau verneinende, verquere Ideologie halten und der Auffassung sind, wir haben womöglich nur zwei Geschlechter und nicht etwa 60, wie diese Ideologie uns erzählt. Wen wollen Sie wählen, wenn Sie für eine strikt begrenzte und klug gesteuerte Begrenzung der Zuwanderung in unser Land sind, die zuvor das die Interessen Deutschlands und seiner Menschen berücksichtigt, wie andere Staaten das ganz selbstverständlich auch tun, und zwar innerhalb Europas, ich nenne zum Beispiel Ungarn, die vielgescholtenen Ungarn, die das eigentlich ganz richtig machen, und die Slowakei, ich nenne außerhalb Europas Staaten wie Kanada, Australien und mittlerweile auch die Vereinigten Staaten. Wen wollen Sie wählen, wenn Sie zwar für Religionsfreiheit und Toleranz gegenüber anderen Religionen durchaus sind, zugleich aber an der Dominanz der christlich-abendländischen Kultur in unserem Land festhalten wollen und das nicht durch ein zeitgeistig beliebiges Multikulti ersetzt sehen wollen. Für all diese Grundhaltungen, die in unserem Land glücklicherweise nach wie vor sehr verbreitet sind, gibt es in den Kartellparteien keine Heimat mehr. Das ist vorbei. Das war früher noch ein bisschen anders, da gab es für einiges davon bei der CDU noch eine Heimat, für ein anderes als bei der FDP, aber Merkel hat der eigenen Partei den konservativen Markenkern nun umfassend geraubt und von der FDP will ich nicht groß reden, der Verrat an der Freiheitlichkeit ist da so umfassend, da muss man nicht mehr viel zu sagen. Ja, das hat man Axel Zuck in den Kauf genommen in der CDU, da war ja auch noch keine Alternative für Deutschland da. Also der Plan Merkels war eigentlich nicht dumm, zu sagen, das konservative Spektrum, das haben wir eh, weil da ist ja niemand sonst und wenn wir jetzt nach links rücken, dann können wir da noch tüchtig was abgrasen. Und mit dieser Strategie hat die eigentlich mittlerweile zwölf Jahre, fast zwölf Jahre Kanzlerschaft ganz gut rumgekriegt. Sprich, man glaubte, die bisherigen Wähler bleiben der CDU auf ewig erhalten, gleichzeitig bekommt man aus dem linken Lager den einen oder anderen hinzu und dann wird das schon gehen. Dabei hat man natürlich alle Ideale verraten und diese Beliebigkeit gerne verkauft unter dem wohlklingenden Stichwort Modernisierung, die lässt dann doch jedem Patrioten den Atem stocken. Es geht dieser Partei, CDU, also offensichtlich nicht darum, Politik aus Überzeugung zu machen und dafür zur Not auch mal ein paar Jahre Opposition in Kauf zu nehmen. Nein, es geht um den schieren Machterhalt, um die bereits genannten Futtertröge dieser Republik. Und die traurige Folge, die traurige Folge war für viele konservative und freiheitliche Bürger ein zunehmendes Verzweifeln an der Politik. Und was hat man dann gemacht? Man hat sich in den unpolitischen Raum zurückgezogen, viele haben sich von der Politik bereits innerlich abgewandt. Ich weiß gar nicht, wie viele resignierte Diskussionen ich aus vergangenen Jahren allerdings kenne, wo so gesagt wurde, ist doch egal, wen man wählt, die machen eh alle das Gleiche, gefragt werden wir sowieso nicht und zahlen müssen wir am Ende immer. Und vergessen wir bitte nicht, das ist eine Sache, die ich mit großer Sorge betrachte, all jene, die mit den Füßen abstimmen. Ich denke an junge Menschen, die gut ausgebildet, leistungsfähig und leistungsbereit unser Land verlassen. Viele von ihnen auf Nimmerwiedersehen. Das ist ein Braindrain, so der Fachausdruck dafür mit dem Anglizismus, von 140.000 jungen Menschen im Jahr, die gut ausgebildet wird unser Land verlassen. Von denen kommen etwa 60.000 bis 80.000 zurück, der Rest ist weg auf immer. Und das sind Menschen, die wir hier bitter brauchen würden. Was wir stattdessen bekommen, sind die Migranten, die das im Leben, ich glaube da bestehen keine Illusionen, nicht werden ausgleichen können. Das ist eine Art schleichender Bevölkerungsaustausch, der hier stattfindet. Und der ist hochgefährlich. Nun, ich will den Narrativ fertig erzählen, so hätten die Politiker aller Parteien gemächlich weiter regieren können, gut gepampert von staatlichen Geldern. Eine schweigende Mehrheit, die beflissen ihrer Arbeit nachgeht und pünktlich ihre Steuern zahlt. Eine schwindende Wahlbeteiligung, was soll's, die Parlamente sind trotzdem voll. Das alles hatte für politische Verantwortungsträger keinerlei Bedeutung. Die Prozentbalken an den Wahlabenden haben wir nicht gezeigt, wie viele Leute gewählt haben, sondern wie viele relative Prozentpunkte man hat. Und die Parlamentssitze werden an treue Parteigenossen sowieso immer vergeben, egal wie viele Menschen zur Wahl gegangen sind. Und dann hat sich eben eine immer größere Zahl an Menschen die Frage gestellt, wieso? Wieso muss oder soll ich es eigentlich einfach hinnehmen, dass Beamte in Ministerien einen Bildungsplan für meine Kinder benennen, zum Beispiel, bestimmen, der Inhalte hat, die mir die Haare zu Berge stehen lassen und mich um die Erziehung und Bildung meiner Kinder fürchten lassen. Sie glauben gar nicht, wie viele besorgte Briefe von Eltern ich bekomme in meiner Funktion da im Landtag, die sagen, tun Sie endlich was, wir können uns nicht wehren, wir haben eine Schulpflicht, wir wollen bei diesen Bildungsinhalten unsere Kinder gar nicht mehr in die Schule schicken. Ich kriege solche Briefe mehrere pro Woche. Und ich könnte auch, da wird eindrucksvoll begründet, warum die diese Sorgen haben und ich teile diese Sorgen nicht zuletzt als Vater von fünf Kindern, habe ich so ein bisschen Überblick über schulische Geschichten, da kann man sich schon die Frage stellen, bei manchen Unterrichtsinhalten will man die Kinder da überhaupt hinschicken. Das kann doch die Antwort nicht sein in unserem Land, nun wirklich nicht. Wieso muss ich es hinnehmen, anderes Beispiel, dass mit deutschem Steuergeld die griechische Steuervermeidungsorgie finanziert werden soll. Oder wieso muss ich es hinnehmen, dass meine Regierung durch das Unterlassen einer wirksamen Grenzsicherung die innere Sicherheit und den sozialen Frieden unseres Landes gefährdet, beziehungsweise inzwischen zu teilen, sogar außer Kraft setzt. Schauen Sie, diese Fragen stellen sich die Menschen im Land völlig zurecht. Und weil sie tatsächlich freier und intelligenter sind, als manche Politiker der Kartellparteien das offenbar glauben, suchten sie nach Antworten auf diese Fragen und dann kamen wir und sie fanden eine echte Alternative, eben buchstäblich die Alternative für Deutschland, wie es der Parteinahmer ja bereits sagt. Darauf haben offensichtlich viele lange sehnlichst gewartet. Das erklärt den Erfolg meiner Partei. Es ist nicht ein singuläres Thema. Es sind ganz viele Themen, wo die Kartellparteien versagt haben und wo die Menschen schon resigniert waren und dann kamen wir und nun gibt es eine Alternative zum erschreckenden links-rot-grünen Einheitspartei, Einheitsbrei der Altparteien. Diese Menschen wollen konservative Politik, sie wollen freiheitliche Politik und sie wollen auch gesunden Patriotismus leben dürfen. Lassen Sie mich vielleicht, damit das nicht zu Worthülsen wird, ein klein wenig erklären, was ich damit eigentlich meine, ehe ich dann einige Politikfelder konkret beleuchte. Konservativ, wenn ich sage, wir sind eine konservative Partei, das ist ein Punkt, der ist mir ganz wichtig. Dann kommt das vom lateinischen Wort conservare, was so viel heißt wie das Gute bewahren. Konservativ zu sein bedeutet also mitnichten reaktionär zu sein, sich jeglichen Neuerungen zu widersetzen, sondern es heißt mit Augenmaß und einem klaren Wertegerüst zu entscheiden, was bewahrenswert ist und auch was besser Neuem weichen sollte. Vom fehlenden Wertegerüst habe ich bereits gesprochen. Nun scheint in den letzten Jahren bei den bisherigen Volksparteien auch das Augenmaß abhandengekommen zu sein. Bei den Grünen konnte das nicht passieren, weil die haben nie eines gehabt. In ihrem Weltverbesserungswahn. Ich versuche es gleich am Beispiel noch zu illustrieren. Freiheitlich, der zweite Begriff, das bedeutet Eigenverantwortung und Selbstbestimmtheit über Gängelung und Fremdherrschaft zu setzen. Es ist meine feste Überzeugung, dass jeder hier im Saal ein Bewusstsein dafür hat, was gut für ihn ist und was nicht. Und dazu braucht es zunächst mal keinen Staat, der bis ins letzte Lebensdetail hineinregiert und uns alle mit oberlehrerhafter Attitüde gängelt und maßregelt. Das ist wichtig. Die Grünen haben das zum Beispiel nicht kapiert, deswegen sind die mit ihrem Veggie-Day so fürchterlich auf die Nase geflogen. Genau das sind diese Maßregelungen, wo die Bürger sagen, halt, stopp mal, darüber möchte ich selbst bestimmen. Und Recht haben sie. Patriotisch, der dritte der drei Begriffe, die ich nenne, um den Kern meiner Partei zu markieren, ist ein Begriff, den man in 192 von 193 Ländern weltweit eigentlich niemand erklären muss. Die Menschen in diesen 192 Ländern wissen, was sie ihrer Heimat zu verdanken haben und haben eine innige Verbindung zu ihrem Vaterland. Genau das und gar nicht mehr als das wollen wir endlich auch wieder für das einzige dieser 193 Länder, in dem dieser Begriff immer noch beagwöhnt wird. Und Sie wissen, ich spreche von unserem wunderschönen Land Deutschland. Wir haben alle einen Grund dafür, zu unserem Vaterland zu stehen und unser Vaterland zu lieben. Vaterlandsliebe. Ein völlig normaler Begriff für fast alle Menschen auf der Welt. Bei uns immer noch ein verpöhnter Begriff. Wir stehen dazu, meine Damen und Herren. Und das Letzte, was wir da gebrauchen können, ist eine Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages namens Claudia Roth. Die, Sie haben es ja genannt, die wirkt immer. Man muss den Namen nur sagen, dann reicht es schon. Die, aber jetzt mal flachs beiseite. Die in Demonstrationszügen mitläuft, an deren Spitze intoniert wird, in Sprechchören Deutschland verrecke, Deutschland halt's Maul und Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Und Frau Roth geht als stellvertretende Präsidentin des Deutschen Bundestages da mit. Einen eklatanteren Widerspruch zu jedweder Form von Patriotismus ist schlechterdings nicht denkbar. Wurde übrigens von den Medien nicht groß thematisiert. Von uns immer wieder, aber ansonsten nicht. Also konservativ, freiheitlich und patriotisch. Das, meine Damen und Herren, ist der Dreiklang, den wir in der deutschen Politik dringend wieder brauchen, weil er schlicht nicht mehr da ist. Er muss zum zentralen Wertegerüst der handelnden Politiker werden, wenn der Scherbenhaufen aufgekehrt wird, vor dem wir schon bald stehen werden, der zu Teilen heute bereits erkennbar ist. Ein erheblicher Teil dieses Scherbenhaufens besteht, und jetzt komme ich zu einigen thematischen Feldern, in der sogenannten Euro-Rettung. Die ist so ein bisschen, lassen Sie das Thema bitte zu, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, im Moment so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Sie werden in absehbarer Zeit merken, dass das zu Unrecht nicht mehr diese Beachtung erfährt. Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Man muss doch mal die ganz grundsätzliche Frage stellen. Was ist denn das eigentlich für eine Währung, die im Grunde genommen ständig gerettet werden muss? Musste eigentlich die D-Mark jemals gerettet werden? Nein, musste sie nicht. Das war eine starke, sogar sehr starke Währung. Hat uns übrigens als Exportweltmeister keinen Abbruch getan. Man kann nämlich, wenn man vernünftig produziert, wenn man eine leistungsstarke Volkswirtschaft ist, auch mit einer sehr starken Währung durchaus Exportweltmeister sein. Das wird ja von allen Dingen, die uns in Euro schön reden wollen, permanent gesagt, um Himmels Willen, wenn wir eine neue Währung hätten wie die D-Mark, würden unsere Exporte zusammenbrechen. Nein, würden sie nicht, sind sie damals auch nicht. Sie würden es nicht. Die D-Mark war vor allem deswegen eine starke Währung, weil sie nach den leidvollen Erfahrungen der Deutschen mit zwei Währungsreformen im 20. Jahrhundert auf währungspolitischen Grundsätzen aufbaute, allen voran auf der Geldwertstabilität. Nur am Rande will ich bemerken, dass Geldwertstabilität im Kern 0% Inflation heißt und nicht 2%, wie uns die EZB weismachen möchte. Die Gründe, die es mal gab, da 2% zuzulassen, sind statistische Natur und sie existieren heute nicht mehr, aber ich will Ihnen hier keinen volkswirtschaftlichen Seminarbeitrag halten. Alle diese Grundsätze, die die Deutsche Bundesbank über Jahrzehnte hinweg zu einem hoch angesehenen Eckpfeiler des internationalen Finanzsystems hat werden lassen, werden nun von der EZB unter Führung von Herrn Draghi in Rekordtempo über Bord geworfen. Was dieser Mann weitgehend unbemerkt, weil andere Probleme das Überlagern anstellt, ist so unglaublich, dass ich allein damit problemlos den ganzen Abend füllen könnte. Aber es ist ja nicht nur die EZB mit ihrer absurden Negativzinspolitik und der daraus übrigens des ableitbaren Überlegungen eines Bargeldverbots, das muss man sich mal vorstellen, Bargeldverbot, was da ins Haus steht. Nein, es ist auch und gerade die Politik, die hier einfach nicht die Größe besitzt, den katastrophalen Irrweg einer fehlkonstruierten Gemeinschaftswährung endlich erstmal einzugestehen und ihn dann zu korrigieren. Leider hat die Politik beim Euro uns Bürger von Anfang an belogen, dass sich die Balken biegen. Ich weiß das, weil ich von Anfang an qua Profession dabei war. Ich habe in den Jahren des Maastrichter Vertrages hier an der Uni Köln an meiner Proportionen gearbeitet als Volkswirt und war mit diesen Themen permanent befasst seither, weil ich danach im Finanzministerium war, dann wieder an der Hochschule. Also diese Themenbereiche kenne ich eigentlich sehr gut. Sie haben uns und ich sage das bewusst in dieser krassen Diktion von Anfang an belogen, belogen, dass sich die Balken biegen. Ein Wahlplakat der CDU vor Einführung dieser Kunstwährung griff die entscheidende Sorge der Menschen damals in den 90er Jahren auf. Da stand die Frage drauf, relativ viel Text für ein Wahlplakat, was kostet uns der Euro, muss Deutschland für die Schulden anderer Länder aufkommen? Und die Antwort wurde auf dem Wahlplakat der CDU gleich mitgeliefert. Interessant wäre mal nachzuforschen, wer das geschrieben hat. Da stand geschrieben, wörtliches Zitat, ein ganz klares Nein. Der Maastrichter Vertrag verbietet ausdrücklich, dass die Europäische Union oder die anderen EU-Partner für die Schulden eines Mitgliedstaates haften. Stand da, 90er Jahre. Sie wissen, was daraus geworden ist, Sie wissen, der Maastrichter Vertrag ist so mausetot wie nur was. Ein Moloch, der astronomische Summe unserer Steuergelder als sogenannte Hilfspakete benötigt, um künstlich am Leben gehalten, um gerettet zu werden. Und wer bitteschön glaubt denn wirklich, dass es mit den vergangenen Maßnahmen getan ist? Es wird weitergehen. Ganz aktuell war in den letzten Tagen davon zu lesen, dass der nächste Akt des griechischen Dramas ins Haus steht. Spätestens im Juli braucht Griechenland weitere neue Milliarden und die werden Sie bekommen, denn an der Interessenlage aller Beteiligten hat sich nichts geändert. Griechenlands ultralinker Premier Zypras, Mut hat der Mann, der hat weiterhin seine Freude daran, Geld, das nicht von seinem Volk erwirtschaftet wurde, zu verteilen. Wie zum Beispiel bei der spontanen Bonusrentenzahlung zum letzten Weihnachtsfest. Von der haben Sie wahrscheinlich gar nichts mitgekriegt. Das war wirklich nur so in Randnotizen zu lesen. Haben wir bezahlt. Er wird also weiter die Hand aufhalten und ein mögliches Versiegen dieser lukrativen Quelle mit Wüstendrohungen abzuwenden versuchen. Und man muss kein großer Prophet sein, um vorherzusagen, der wird erfolgreich sein damit. Die selbst ernannten Rettungseuropäer, allen voran Schulz, Merkel, Juncker, fürchten doch nichts mehr, als das in einem großen europäischen Wahljahr, in diesem Jahr 2017, die Illusion einer funktionierenden Gemeinschaftswährung zerplatzt wie eine Seifenblase. Also werden die nichts, aber auch wirklich nichts auslassen, um genau dieses Zerplatzen im Wahljahr 2017 zu verhindern. Das werden die auch schaffen. Und das werden Sie bezahlen. So sicher wie das Armen in der Kirche. Das heißt, es wird heftigen Theaterdonner geben, es wird nächtliche Sondersitzungen geben, die Medienschaffenden werden uns erzählen, wie dramatisch das alles war und es stand alles auf der Kippe und wäre um Haaresbreite schiefgegangen. Und dann werden die irgendwann am frühen Morgen vor die Kameras treten und sagen, wir haben es geschafft, in einer gemeinsamen Kraftanstrengung. Da kommt der ganze, das ganze Pathos dieser Geschichte raus. Was wirklich dabei rauskommt, ist, Sie dürfen weiter bezahlen. Und das ist alles. Ja, das wird ein weiteres Geschenkpaket geben zu Lasten Deutschlands von den Medien, wird das dann als Hilfskredit verkauft. Meine Damen und Herren, das ist ein durch nichts legitimierter Wohlstandstransfer in ein fremdes Land. Das ist bei Lichte betrachtet Veruntreuung von Steuergeldern, die da stattfindet. Nun können wir uns das tatsächlich, der Wahrheit sei genügend getan, in puncto Griechenland noch leisten, weil Griechenland ein relativ kleines Land ist und das relativ wenig Menschen sind. Aber da steht noch ein anderes Land in den Startlöchern für umfassende Hilfspakete, weil es nämlich nicht mehr anders gehen wird und das ist Italien. Und das ist eine komplett andere Liga, nicht nur fußballerisch. Italien können wir uns nicht leisten, das ist eine ganz andere Hausnummer. Wie lange das alles noch gut gehen soll, steht in den Sternen. Aber irgendwann werden die Probleme so groß sein, dass sie sich auch mit den hart erarbeiteten Steuergeldern der Deutschen nicht mehr werden zugleistern lassen. Und dann wird Folgendes passieren. Dann wird der Zugriff auf die Bankguthaben, auf die privaten Bankguthaben erfolgen. Auf eine indirekte Art und Weise hat er das durch die Negativzinspolitik bereits getan, aber das ist noch harmlos gegenüber dem, was sich da ankündigt. Und ich sage Ihnen voraus, das würde, wenn es denn dazu kommt, das Ende eines friedlichen Miteinanders in Europa sein. Und soweit, meine Damen und Herren, darf es nicht kommen. Eine Währung, die Europa spaltet und das tut der Euro, darf keine Zukunft haben. Letztlich passiert das alles nur deshalb, weil die Politik nicht verstanden hat, wozu ein kleiner Mechanismus namens Wechselkurs eigentlich gut ist. So kommt es eben, wenn die Politik sich arrogant über alle fachlichen Warnungen, an denen es nicht gemangelt hat, hinweg setzt. So wie viele andere Kollegen aus meiner, aus meinem Beruf der Volkswirtschaftslehre heraus, kann auch ich über diese Fehlkonstruktion nur den Kopf schütteln. Noch mehr aber über das sture Beharrungsvermögen der deutschen Politik, sich diesen Fehler, diesen Kardinalfehler nicht einzugestehen. Die weigern sich standhaft ihr völliges Versagen auf diesem Gebiet zu offenbaren und erfinden lieber monströse Haftungsgebilde wie ESM und EFSF. Dabei sind die Namen nicht entscheidend. Entscheidend ist, was das für uns bedeutet, nämlich den Transfer astronomischer Summen unseres Steuergeldes und damit unserer Arbeitskraft in die überschuldeten Südstaaten Europas. Und glauben Sie nicht, dass wir da nur haften und dass wir nicht zahlen müssten. Wir zahlen längst. Es sind 21 Milliarden Steuergelder etwa in den ESM eingezahlt worden. Und die hat nicht Herr Schäuble aus einer Privatschatulle eingezahlt. Wohlgemerkt, überschuldete Staaten von überschuldeten Bürgern, kann dort laut offizieller EZB-Statistik gar nicht die Rede sein. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Vermögen am Median gemessen betrug im Jahr der Befragung, die man durchgeführt hat, das war das Jahr 2010, hat sich seither aber nicht maßgeblich geändert. In Griechenland knapp 39.000 Euro Privatvermögen, in Italien und Spanien sogar 68.000 Euro. Und Deutschland? Wir liegen auf dem vorletzten Platz der Europäischen Union mit 25.000 Euro Privatvermögen im Schnitt. Schlechter ist ja nur noch die Slowakei mit 22.000. Und da sollen wir jetzt zahlen für die jahrelange Verschuldungsorgie und Steuervermeidungsparty in Südeuropa? Wenn es nach den Kartellparteien geht, dann werden wir das ganz selbstverständlich auch weiterhin tun. Nur um ja nicht deren Utopie der Vereinigten Staaten von Europa zu gefährden. Genau genommen zahlen wir sogar dreimal. Achten Sie mal drauf, an sich selbst. Sie zahlen einmal als direkte Beteiligung an den ganzen Geschenkpaketen. Steuern. Sie zahlen zweitens durch die künstlich niedrigen Zinsen in Deutschland, die den Durchschnittssparer kalt enteignen. Und sie zahlen drittens durch die drohende Altersarmut, da die jahrzehntelangen stabilen Vorsorgestrategien allesamt nicht mehr funktionieren. Meine Damen und Herren, wenn wir diesen Weg weiter gehen, enden wir in einem ökonomischen Desaster. Er muss kontrolliert beendet werden und wir werden das tun, so man uns denn lässt, im Interesse des Wohlergehens unseres Landes, aber auch ganz Europas. Ich nenne einen weiteren Teil des Scherbenhaufens, von dem ich anfangs gesprochen habe und komme auf die Bildungspolitik kurz zu sprechen. Zitat. Es gibt nur eines, was auf Dauer teurer ist als Bildung, nämlich keine Bildung. Hat gesagt John F. Kennedy und hat damit den Nagel auf den Kopf getroffen. Dennoch ist es genau das, was gerade in unserem Land passiert. Stück für Stück wird ein bewährtes Bildungssystem abgeschafft und ein System installiert, das den Begriff Bildung nur noch entfernt verdient. Ihn übrigens auch nicht mehr verwendet. Geredet wird er nur noch von Kompetenzen. Und was wir erleben ist, dass Schülern heute eine grandiose Kompetenz, Fortdeutschungskompetenz anerzogen wird. Hey, das haben die drauf. Die machen die tollsten Präsentationen, aber sie dürfen nicht fragen, was sie da gemacht haben, weil dann wird es kritisch. Das geht übrigens letztlich an der Uni nahtlos fort. Ich weiß, wovon ich da spreche. Die Bildung geht verschütt bei der ganzen Geschichte. Der Weg weg vom klassischen mehrgliedrigen Schulsystem hin zu den Gemeinschaftsschulen ist ein weiterer Schritt hin zum sozialistischen Einheitsmenschen. Dabei ist es eigentlich so klar. Übrigens ein kernfreiheitlicher Gedanke. Die guten und besseren Schüler fühlen sich unterfordert und die Schüler mit erhöhtem Lernbedarf, die fallen hinten runter. Willkommen im totalen Mittelmaß für alle. War Deutschland früher also noch bekannt für seinen hohen Bildungsstandard, wird nach flächendeckender Einführung der Gemeinschaftsschule davon nichts mehr übrig sein. Ich betrachte das vielleicht, da merke ich, dass ich zum Landespolitiker ein Stück weit geworden bin, aus einer spezifisch baden-württembergischen Perspektive. Baden-Württemberg war eines von drei Bundesländern, die in allen Bildungsrankings ganz vorne lagen. Das waren Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg. Dann kamen die Grünen an die Regierung und dann haben die Gemeinschaftsschule pur gemacht. Erst mit Rot-Grün und jetzt setzt Grün-Schwarz, nee, Grün-Rot und dann setzt Grün-Schwarz das nun fort. Die machen nämlich auch nichts anderes. Gemeinschaftsschule pur. Und was passiert in den Studien? Baden-Württemberg ist durchgereicht mittlerweile auf Platz neun in allen Fächern, Tendenz weiter sinkend. Warum? Umstieg auf die Gemeinschaftsschule. Meinen Sie, das führt nun dazu, dass man umkehrt, dass man sagt, war ein Irrtum, wir lassen das? Nein, nein, dann will man jetzt eben die Gemeinschaftsschule verbessern. Ich glaube, ich muss Ihnen hier in Nordrhein-Westfalen relativ wenig davon erzählen. Also ich kann mich noch an meine Kindheit in Essen erinnern. Diese Ideen mit Gemeinschaftsschule, die gab es schon damals, da nannte man das Koop-Schule, kooperative Schule. Ist Jahrzehnte her, war in den 70er Jahren. Hier ist ja nun ein SPD-Land pur über alle Jahrzehnte gewesen. Und da macht man das eben mit Gemeinschaftsschule. Und die Bildungsresultate in Nordrhein-Westfalen, Sie betrachten das aus dieser Perspektive heraus, die sind traditionell schlecht. Das tut dann vielleicht nicht ganz so weh, wie wenn sie aus einer guten Perspektive in die schlechte hineinkommen. Aber statt dass NRW mal das übernehme, was Baden-Württemberg gemacht hat, kopiert, Baden-Württemberg mittlerweile NRW. Es ist tief traurig. Das sind sozialistische Experimente an unseren Kindern, die sich da vollziehen. Es ist das Gegenteil richtig. Ein mehrgliedriges Schulsystem ermöglicht jedem Schüler, sich nach seinen jeweiligen Stärken in den Unterricht einzubringen und so im besten Ausmaß davon zu profitieren. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich da spreche. Ich habe ja selbst fünf Kinder, die unterschiedlicher nicht sein könnten, übrigens auch im Hinblick aufs Lernverhalten. Das ist auch keine Katastrophe, wenn Kinder nicht so stark sind im Lernverhalten. Die haben alle Talente, die haben nur unterschiedliche. Das müssen nicht alles Gymnasiasten werden. Das müssen nicht alle Leute, alle jungen Leute studieren, promovieren oder sonst was. Sondern die haben unterschiedliche Talente und da ist die Wahrung der Unterschiedlichkeit auch im Ausbildungssystem von großer Notwendigkeit. Aber auch hier beweisen die selbsternannten Volkserzieher aufs Neue, welche Weltanschauung sie haben. Individualität ist für diese Menschen eine Bedrohung. Sozialistische Einheitsbreite dagegen wird als wünschenswert betrachtet. Läuft dann unter Gleichheit und Gerechtigkeit. Aber es ist weder gleich noch gerecht, was dabei rauskommt. Was machen die Menschen, die sich das leisten können? Ich sage Ihnen, was sie tun. Die schicken ihre Kinder auf Privatschulen. Wo sich dem Vernehmen nach, auch das wüsste ich an Beispielen zu belegen, viele Sprösslinge von SPD und Grünen Prominenz dann wiederfinden. Aber lassen wir das. Denken wir immer daran, Deutschland ist ein rohstoffarmes Land. Das Einzige, was unsere Gesellschaft langfristig wirklich trägt, ist das Können des Einzelnen. Unsere zentrale Ressource ist Bildung. Und ein Experimentieren mit dieser Quelle unseres Wohlstandes ist hochgefährlich. Experimentieren wir damit nicht gleichfertig herum. Deshalb ist es so wichtig, diesen links-utopistischen Bildungspolitikern die Schalthebel der Macht zu entreißen. Und das geht nur, indem man sie abwählt. Ein weiteres, ganz zentrales Problemfeld deutscher Politik ist bereits vorher angeklungen. Ich komme zur Migrationspolitik. Hier steht Einwanderungspolitik, aber eigentlich Migrationspolitik. Einwanderung setzt schon voraus, dass sie alle einwandern sollten oder das wollen wir ja gar nicht. Ich tue mich damit etwas schwer. Man muss da wirklich mit der Sprache aufpassen. Das ist wirklich schwierig. Das, was sich auf diesem Gebiet abspielt, überhaupt als Politik zu bezeichnen. Politik, meine Damen und Herren, beinhaltet immer die bewussten Entscheidungen zur Steuerung eines Gemeinwesens. Von bewussten Entscheidungen kann hier aber schon lange keine Rede mehr sein. Die letzte wirklich bewusste Entscheidung, die getroffen wurde im Bereich Einwanderungs- oder Migrationspolitik, wie Sie es nennen wollen, ist mittlerweile, ich muss sich rechnen, 17, 24 Jahre her. Das war 1993. Bis dahin lautete der Artikel 16 Grundgesetz ganz lapidar, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Das war eine Regelung, die hatte man 1949 vor dem bekannten geschichtlichen Hintergrund der dunkelsten Jahre deutscher Geschichte, Nazi-Barbarei, in das Grundgesetz aufgenommen. Man wollte damals, und aus der Sicht 1949 war das vernünftig, das Signal in die Welt senden, dass man die richtigen Lehren aus der Nazi-Barbarei gezogen hatte. Gedacht war daran, einzelnen politisch Verfolgten eine Zuflucht vor ihren Heschern zu gewähren. Nichts, meine Damen und Herren, lag den Vätern und Müttern des Grundgesetzes ferner, als über diese Regelung eine unkontrollierte Massenzuwanderung aus aller Herren Länder nach Deutschland auszulösen. Vor dem Hintergrund des Jahres 1949 erschien das auch unvorstellbar, damals nach Deutschland in Trümmern. Und Deutschland war kein attraktives Land für Menschen, die überhaupt auf Migrationsweg waren. Die weltweiten Reisemöglichkeiten waren sehr beschränkt und Deutschland war, wie gesagt, nicht attraktiv. Als ich aber jetzt Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre Andeutungen dessen zeigten, was wir heute erleben, gab es eine jahrelange intensive Debatte, an die ich mich gut erinnern kann, auch wenn das schon lange her ist, über den Sinn dieses Artikels. Im Ergebnis kam heraus, dass man den Artikel 16 modifiziert hat. Es ist eingefügt worden in Artikel 16a Grundgesetz, der in einem kleinen Absatz 2 unmissverständlich klarstellt, ich fasse das zusammen, dass niemand einen Anspruch auf Asyl hat, der über einen sicheren Drittstaat einreist. Das, meine Damen und Herren, war die letzte vernünftige Änderung im deutschen Asylrecht. Jetzt gibt es ein kleines Problem bei der ganzen Geschichte. Niemand schert sich drum. Wohlgemerkt, niemand schert sich um einen Artikel unserer Verfassung. Die Praxis nämlich sieht so aus. Nach wie vor kann jeder, aber auch wirklich jeder, der an der deutschen Grenze ankommt und das Wort Asyl halbwegs fehlerfrei aussprechen kann, fest damit rechnen, in unser Land einreisen zu dürfen. Das auch dann, wenn er keinerlei Papiere dabei hat. Im Gegenteil, das ist der Sache sogar förderlich. Selbst wenn er unter Angabe offensichtlicher Fantasieidentitäten sich Zutritt zu unserem Land verschafft. Der Fall des Berliner Attentäters Anis Amri mit seinen mehr als zehn Scheinidentitäten hat das auf tragische Art und Weise beleuchtet. Und der deutsche Staat lässt das geschehen. Er lässt es geschehen, dass Menschen ohne Papiere in unser Land hineinmerkeln und sich anschließend mit Fantasieidentitäten ein neues Leben verschaffen. Fantasieidentitäten, die dann natürlich als unüberwindliches Abschiebehemmnis die überfällige Rückführung dieser Leute verhindern. Denn wenn die Identität eine Fantasieidentität ist und Sie gar nicht wissen, wo die wirklich herkommen, in welches Land wollen Sie eigentlich abschieben? Meine Damen und Herren, ich frage mich, warum scheitert eigentlich immer die Ausreise an fehlenden Papieren, aber nie die Einreise. Da geht man offenkundig sehr, sehr großzügig vor. Und wir sprechen hier vom gleichen deutschen Staat, der zugleich seinen einheimischen Bürgern alles und jedes, aber bis ins allerkleinste Detail vorschreibt. Ich glaube, das muss ich Ihnen hier nicht erläutern. Sie leben hier und werden Ihre eigenen Erfahrungen damit haben. Es ist unfassbar. Meine Damen und wissen Sie, was das heißt? Wir machen uns gerade weltweit geradezu lächerlich. Wir laden damit alle, wir laden damit alle, die nicht das gleiche Wohlstandsniveau erreicht haben wie wir, und das sind die meisten Staaten der Welt, wenn auch nicht alle, förmlich ein, auf diesem Weg vom deutschen Sozialstaat zu partizipieren. Schon der berühmte Ökonom Milton Friedman stellte ziemlich trocken dazu fest, man könne einen Sozialstaat haben, man könne auch offene Grenzen haben, aber man könne nicht beides zugleich haben, wie recht er doch hatte. Allmählich verstehen auch Teile der deutschen Politik, dass das so auf Dauer nicht funktionieren wird. Und so bedienen sie sich nun also hemmungslos bei unseren Vorschlägen. Der baden-württembergische Innenminister Strobl, ein ganz spezieller Freund von mir, beispielsweise schlug große Aufnahmelager in Nordafrika vor. Gut aufgepasst, Herr Strobl, ein AfD-Vorschlag, der vor kurzem noch aus ihrer Partei, Strobls Partei CDU, als unmenschlich und rechtsaußen gebrannt mag, wurde. AfD-Vorschlag, unser Vorschlag, verkaufen die jetzt als ihrem. Oder Herr Oppermann von der SPD. Kommt jetzt mit dem Vorschlag, im Mittelwehr aufgebrachte Boote nach Nordafrika zurückzuschicken. Tolle Idee. Entspricht exakt der Forderung der AfD, das australische Modell des No Way anzuwenden. Bisher war dieser Vorschlag des Teufels, aber da kam er ja auch von uns, jetzt kommt er von der SPD und aus dem Munde eine Sotis, hört sich das da schon viel humaner an, sagen Sie selbst. Aber daran sehen Sie, und da schließt sich der Bogen ein Stück weit auch, der Vortrag heißt ja, AfD wirkt. Und hier wirken wir. Und das ist gut. Wenn auch noch nicht bei allen. Also nehmen Sie mal Frau Göring-Eckardt. Reaktion ist ähnlich wie bei Rot, ich kenne das ja. Göring-Eckardt ist aber eigentlich fast noch eine Nummer krasser inhaltlich. Fraktionschefin der Grünen im Bundestag. Die hat in einem Interview wörtlich gesagt, dass wir nicht nur hochqualifizierte Einwanderer brauchen, sondern auch diejenigen kommen sollen, die sich in unseren Sozialsystemen wohl und zu Hause fühlen. Und wenn Sie das nicht glauben, dann gucken Sie das nach. Geben Sie mal Göring-Eckardt, MoMA2013 auf YouTube ein, da können Sie das sehen. Brauchen Sie nur eine Minute 30, da kriegen Sie das live geliefert. Ich glaube, einen dümmeren und verantwortungsloseren Satz eines deutschen Politikers habe ich noch nie gehört. Das, meine Damen und Herren, ist also grünes Missverständnis von Einwanderung nach Deutschland. Willkommen in unseren Sozialsystemen. Man muss sagen, das klappt ja ganz gut. Übrigens gilt es hier, und das ist mir wichtig, einem weit verbreiteten Missverständnis gegenüber unserer Partei entgegenzutreten. Ich habe das eben schon mal angedeutet, aber ich will das auch explizit machen. Manche sagen uns nach, zum Beispiel die, die da draußen gegen uns protestieren, zum Beispiel immer wieder Medienvertreter, zum Beispiel sowieso die Vertreter der Kartellparteien, die sagen uns nach, wir würden uns gegen die Menschen wenden, die nach Deutschland wollen. Und meine Damen und Herren, das tun wir nicht. Ich kann das nicht oft genug wiederholen. Deren Verhalten ist völlig normal und verständlich. Sie reagieren, wie Menschen das tun, auf einen Anreiz, der ihnen von der deutschen Politik gesetzt wird. Jeder, der kommt, darf rein. Ja, was würden Sie denn tun, wenn Sie völlig aussichtslos irgendwo in Algerien, Marokko oder, ich brauche die Länder gar nicht alle aufzuzählen, sitzen, keine Chance auf Arbeit, keine Chance auf ein auskömmliches Leben und dann heißt es, geh mal da hoch, da kommst du schon rein. Das funktioniert. Dann ist doch verständlich, dass die Menschen das tun. Das ist eine Anreizsetzung. Und deswegen haben wir, wenn wir uns dagegen wenden, nichts vor Asylantenheimen zu suchen und unseren Protest nicht dort abzuliefern, sondern da, wo er hingehört. Und das ist vor dem deutschen Bundeskanzleramt, meine Damen und Herren. Und wenn diese Menschen dann da sind, dann sind sie erstmal eine gewisse Zeit in einem vergleichsweise bequemen Verfahren, das den Steuerzahler sehr viel Geld kostet und gegen dessen Ergebnis dann auf Staatskosten noch geklagt werden kann. Natürlich alles immer noch auf deutschem Boden. Und selbst wenn dann letztinstanzlich mühevoll festgestellt wird, dass ein Bleiberecht nicht existiert, heißt das noch lange nicht, dass dann auch wirklich abgeschoben wird. Nicht selten weigern sich nämlich die Landesregierungen zu bestimmten Jahreszeiten, Winter etwa, oder in bestimmte Länder abzuschieben. Nordrhein-Westfalen, da sind wir ja gerade, da kennen Sie das, geht da mit ganz schlechtem Beispiel voran. Nach Afghanistan, so sagen es nun Frau Kraft, Herr Jäger und die grünen Utopisten, nach Afghanistan schieben wir nicht mehr ab. Ist nicht geltendes Recht, aber geltendes Recht interessiert diese Landesregierung scheinbar nicht. Das ist ein Skandal. Und dieser Skandal gehört am 14. Mai abgewählt und das liegt in Ihrer Hand, das zu tun. Applaus Die ungeheuren Sozialkosten, die Sie damit der Gesellschaft aufs Auge drücken, die, die so entscheiden, interessieren diese Leute genauso wenig wie der völlig verfehlte Anreiz, der sich via Smartphone nun in Windeseide und logischerweise nach Afghanistan herum sprechen kann, der es einmal nach NRW geschafft hat, der darf bleiben, vermutlich für immer. Genau so, meine Damen und Herren, schafft man unkontrollierte Einwanderung. Und dann ist es übrigens nur folgerichtig, dass uns jetzt die Flüchtlingsbeauftragte der Bundesregierung, Frau Özoguz, immerhin Vizechefin der SPD, mal etwas expliziter sagt, wo es lang geht. Die sagt nämlich, das Zusammenleben, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das Zusammenleben müsse täglich neu ausgehandelt werden. Eine Einwanderungsgesellschaft zu sein, heiße, dass sich nicht nur die Menschen, die zu uns kommen, integrieren müssten. Wörtliches Zitat, alle müssen sich darauf einlassen und die Veränderungen annehmen. Also Integration ist demzufolge nicht nur etwas, was die Zuwandernden zu bringen haben, sondern auch wir müssen uns integrieren. Man glaubt zu träumen. Die Regeln müssen jeden Tag neu ausgehandelt werden, sagt diese Frau. Stellvertretende SPD-Vorsitzende, wofür bitte haben wir unsere Werte in Gesetzesform gegossen? Wozu gibt es dann noch ein Grundgesetz, wozu gibt es ein BGB, wozu gibt es ein Strafgesetzbuch, um das jeden Tag neu auszuhandeln? Wer so etwas sagt, meine Damen und Herren, der steht nicht mehr auf dem Boden geltenden Rechts und gehört im Grunde nach vom Verfassungsschutz beobachtet. Und im Übrigen, und da werde ich deutlich, gilt immer noch, wir müssen uns hier auf gar nichts einlassen, denn wer in ein fremdes Land kommt, der hat sich den Regeln dieses Landes anzupassen und nicht umgekehrt. Frau Oetogus deutet hiermit genau das an, was wir immer offen ausgesprochen haben. Meine Damen und Herren, es droht selbstverständlich eine Gefahr der Islamisierung in Deutschland. Niemand, der durch bestimmte Stadtteile läuft, und das gilt bei Leibe nicht nur in Berlin, das haben Sie selbstverständlich auch hier in etlichen Städten Nordrhein-Westfalens. Nehmen Sie exemplarisch Köln und die Städte des Ruhrgebietes. Muss ich fragen, ob das noch Deutschland ist. Für Frau Oetogus, und mittlerweile muss man leider sagen, auch für die Islamversteher von der CDU, vom Schlager eines Laschen Armin Laschet, ist das alles kein Problem. Denn die Kartellparteien sind sich ja doch einig. Der Islam gehört zu Deutschland. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen hier klipp und klar, der Islam gehört nicht zu Deutschland. In einem demokratischen westlichen Land ist kein Platz für einen politischen Islam, der sich in seinem Absolutheitsanspruch über unsere Gesetze meint hinwegsetzen zu können, der beispielsweise Kinderehen für etwas völlig Normales hält. Und es wird erstaunlich wenig darüber gesprochen, dass sogar manche Gerichte Kinderehen anerkannt haben. Auch die Koranverteilungen, bei denen neue Rekruten für den IS angeworben werden, sind, wie es scheint in den Augen einiger Politiker, kein Problem. Aber eine Islamisierung, eine Islamisierung hat in Deutschland ja noch nicht stattgefunden, so sagt uns Herr Kauder von der CDU in seinem gewohnten Kauder-Welsch. Übrigens, meine Damen und Herren, haben Sie sich schon mal gefragt, wie das eigentlich gehen soll? Der Islam gehört angeblich zu Deutschland, aber eine Islamisierung, die habe nicht stattgefunden. Das ist die Dialektik der CDU und die finde ich, gelinde gesagt, einigermaßen erstaunlich. Wenn man sich die Frage stellt, seit wann das Christentum zu Deutschland gehört, so muss die Antwort lauten, seit, oh herzlichen Dank, seit der Christianisierung. Wenn also nun der Islam zu Deutschland gehören sollte, so müsste selbstverständlich zumindest in Teilen eine Islamisierung stattgefunden haben. Anders geht es gar nicht. Aber hier sehen Sie mal wieder ein Kommunikationsmuster der Kartellparteien. Alles Problematische wird, und das hat Methode, in verbalen Nebelkerzen gehüllt und so weichgespült, dass die weniger interessierten Bürger bloß nicht aufgeschreckt werden. Aber sie werden aufgeschreckt. Nur eben leider zu spät. Nämlich dann, wenn sich vor ihrer Haustür bereits muslimische Parallelgesellschaften breitgemacht haben. Die deutsche Politik, und das gilt mittlerweile auch für die grünisierte CDU Merkel, will in ihrer ideologischen Verblendung eine ganz einfache Tatsache nicht wahrhaben. Menschen, die den Islam sehr strikt auslegen, und davon sind in den letzten 18 Monaten sehr viele in unser Land geströmt, können sich in unserem Land gar nicht integrieren, wie das immer gehofft wird. Sie können es nicht, weil sie diese Islam-Auslegung haben. Bei strenger Auslegung des Islam sind wir Einheimische, nun mal Ungläubige, da baust die Maus keinen Faden ab. Alles andere ist Quatsch. Und keine grün-rot-schwarze Gutmenschenkoalition wird darin irgendwie auch nur das Geringste ändern können. Es geht schlicht nicht. Und ich sage Ihnen, ich will das nicht, meine Partei will das nicht. Ich will keine Parallelgesellschaften, ich will keine Scharia-Richter, die Recht sprechen, ich will auch nicht, dass eine Scharia-Polizei die Menschen auf der Straße ängstlich, wie das vor einiger Zeit in Wuppertal der Fall war. Ich will keine speziellen Badetage für Muslime, ich will keine Kinderehen, ich will keine Burkas. Ich will auch keine Burkas auf deutschem Boden und ich will auch keine Ehrenmorde. Allein was für ein perfider Ausdruck, Ehrenmord. Ich will stattdessen nichts Geringeres, als dass unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung in jedem Winkel unseres Landes erhalten bleibt. Und ich will auch, dass unsere Kinder als sozusagen sakralen Grundsound in diesem Land immer noch das Geläut von Kirchenglocken hören und nicht den Ruf des Muezzins. Ich will Ihnen aber auch etwas anderes dazu sagen. Menschen muslimischen Glaubens, die all dem, was ich jetzt gesagt habe, aus vollem Herzen zustimmen, sind uns in unserem Land willkommen. Das sind nämlich genau die, und die gibt es auch, die sich über viele Jahre hinweg gut in unsere Gesellschaft integriert haben. Die geschätzte Mitglieder unseres Gemeinwesens geworden sind und auf die wollen und müssen wir nicht verzichten. Wenn Sie sich hier unseren Gepflogenheiten anzupassen bereit sind, als wertschöpfende Mitglieder unserer Gesellschaft, dann, meine Damen und Herren, sind Sie uns willkommen, gleich welcher ursprünglichen Religion Sie sind. Und ich darf Ihnen sagen, dass ich für diesen Applaus, der dann auch kommt, dankbar bin, denn das zeigt, wie differenziert Sie ebenso, wie wir von der AfD an diese Geschichte herangehen. Das ist wichtig. Nur Muslime, nur solche Muslime, und die gibt es eben in nicht geringer Zahl, und dafür dürfen wir die Augen nicht verschließen, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung durch einen totalitären Islam ersetzen wollen und unsere Grundordnung ablehnen. Die sind in diesem Land falsch, und ich rufe diesen Menschen ganz klar zu, sucht euch eines der 57 muslimischen Länder auf dieser Erde, in denen ihr eure Vorstellungen ausnehmen könnt, aber nicht hier. Und das hat, mit Verlaub, mit Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und all dem, was man uns sonst noch nachsagt, Bekämpfung der Religionsfreiheit, nichts, aber auch gar nichts zu tun. Sie haben das hier gerade in voller Differenziertheit gehört, in dieser Differenziertheit, und nur so ist es richtig, und dafür stehen wir als Partei. Und wir stehen auch dafür, dass man die Wahrheiten benennt. Selbstverständlich gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen dem zentral wichtigen Thema Migration und dem ebenfalls zentral wichtigen Thema Innere Sicherheit, das so vielen Bürgern unter Nägeln brennt. Neben der unfassbar hohen Zahl an Einbrüchen, gerade hier in Nordrhein-Westfalen, die übrigens auch viel mit den offenen Grenzen zu tun hat, wie wir längst wissen, ist es vor allem die zunehmende Alltagskriminalität, die die Bürger umtreibt. Keine Frage, solche Probleme gab es natürlich schon immer. In jeder Gesellschaft gibt es, da muss man offen sein, ein gewisses Kriminalitätspotenzial. Es sind Menschen angelegt. Dass dieses aber durch die entstandenen Parallelgesellschaften massiv verschärft wurde, daran kann wirklich niemand, der mit offenen Augen durch die Welt geht, auch nur den geringsten Zweifel haben. Reden Sie mal mit Menschen, die in Berlin leben. Ich tue das zuweilen. Da können Sie einiges zu hören bekommen. Und das hat sehr, sehr viel mit der Migration und der Zuwanderung zu tun, selbstverständlich. Diejenigen, die sich tagtäglich mit den Problemen von Berufswegen beschäftigen müssen, die wissen am besten davon, zu berichten. Vor kurzem sagte mir beispielsweise in einem Gespräch, das sich zufällig gegeben hatte, in Stuttgart, ein Polizist, als ich ihn nach den drei größten Problemen seiner täglichen Arbeit fragte, wie aus der Pistole geschossen die Ausländerkriminalität. Wir kriegen sie einfach nicht im Griff. Alles, was uns da erzählt wird, stirbt nicht. Wir kriegen das Problem nicht im Griff. Wir haben es nicht mehr im Griff. Man mag dieser singulären Aussage die Repräsentativität natürlich absprechen. Allerdings hört man diese Aussage immer wieder von Polizisten, meist nicht so offen. Ein bisschen verklausuliert, das sind Beamte und die sind vorsichtig. Die überlegen sich sehr genau, was sie sagen. Das ist auch nachvollziehbar und auch das wirft übrigens ein bezeichnetes Licht auf die Lage unseres Landes. Nein, es sind alles andere als Einzelfälle. Soweit ist es nun schon gekommen in Deutschland, dass Staatsdiener Angst davor haben müssen, die von ihnen wahrgenommenen Probleme klar und offen zu benennen. Ein Trauerspiel, das erste Züge einer Meinungsdiktatur in sich nennt. Ich nenne nur mal den Begriff Nafri und die Äußerung von Frau Peter von Grünen dazu. Das ist eigentlich ungeheuerlich, manche von Ihnen, wenn das mitbekommen haben. Manchmal lassen sich die Probleme aber nicht mehr unter den medialen Teppich kehren, nämlich dann, wenn sie schlicht zu skandalös sind. Direkt hier vor ihrer Haustüre in Düren fand ein solcher skandalöser Vorfall vor einiger Zeit statt. Sie wissen vermutlich, wovon ich spreche. Am 12. November des vorletzten Jahres waren zehn Polizisten von einem türkischen Familienclient zum Teil schwer verletzt worden. Ich zitiere mal aus dem Pressebericht, weil er aufschlussreich ist. Wörtliches Zitat. Einem 37-jährigen Polizisten wurde mit einem Radmutternschlüssel ins Gesicht geschlagen. Dadurch wurde eine seiner Augenhüllen zertrümmert, wie es im Ministerbericht steht. Sein Augenlicht werde nach aktuellem Stand erhalten bleiben. Zu dem brutalen Gewaltausbruch des Clans war es gekommen, weil ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes auf der Straße, an der die Familie wohnt, Knöllchen an die Windschutzscheibe falsch abgestellter Autos geheftet hatte. Der 46-jährige Haupttäter bezeichnete die Straße daraufhin als seine Straße und erklärte, ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes hätte dort keine Verwarnung zu schreiben. Das ist Parallelgesellschaft. Und das war nur die schlimmste Spitze dieses Vorfalls. Den Rest muss ich hier aus Zeitgründen weglassen. Man könnte dezidiert auf diesen Vorfall weiter eingehen. Der spricht Bände, meine Damen und Herren. So weit darf ein Staat es niemals kommen lassen. Und wir sind da bereits. Das war garantiert nicht Ihre erste Auffälligkeit. Warum also wurden die Frage muss man so stellen hier nicht vorher Grenzen gesetzt? Und zwar schlicht und einfach die Grenzen des geltenden Rechts. Wissen Sie, wir müssen nicht schreien mehr mehr Recht zu schaffen oder sowas. Wir müssen sehen, dass wir das geltende Recht das reicht völlig aus, dass wir das geltende Recht konsequent anwenden. Tun wir das, sind wir viele der Probleme los. Aber dafür fehlen die Kapazitäten. Und wissen Sie, warum die Kapazitäten fehlen? Weil wir das Geld brauchen zum Beispiel für die Versorgung der vielen Migranten hier reinströmen. Das ist das Problem. Und Teil des Problems ist dann, das bezieht sich nicht nur auf Ausländerkriminalität, sondern ganz allgemein, eine Justiz, die häufig die Bemühungen der Polizei zum Teil aus eigener Ohnmacht ad absurdum führt. Nehmen Sie doch einfach mal so einen Begriff wie den des Intensivtäters. Den Ausdruck kennen wir mittlerweile alle, hat jeder von Ihnen schon mal gehört. Er wird ja von den Medien auch gerne eingesetzt, vermutlich um so ein bisschen Verständnis zu erheischen bei denen, die das nicht verstehen nach dem Motto, da kann man nichts machen, der ist halt Intensivtäter. Meine Damen und Herren, nichts wäre falscher als das. Dieses Wort ist eine der schlimmsten Verharmlosungen der linksgrünen Alt-68er, denn natürlich kann der deutsche Staat etwas dagegen tun, wie übrigens auch jeder andere Staat dieser Erde entschlossen gegen solche Serientäter vorgeht. Man muss es nur politisch wollen. Und genau hier liegt das Problem. Man will es in den rot-grünen Kreisen nicht, weil es nicht ins eigene Weltbild passt. Sonst müsste man sich und den Bürgern ja eingestehen, dass man im Grunde jahrzehntelang auf dem Gebiet der Einwanderungspolitik genauso versagt hat wie auf dem der inneren Sicherheit. Und dann ist es leichter, Täter zu Opfern zu erklären, Opfern unserer Gesellschaft, die jetzt quasi selbst schuld ist, von diesen Leuten nun drangsaliert zu werden. Und genau deshalb sind unsere Gesetze so dermaßen lasch geworden, dass Serientäter im Vollzug wohlgemerkt, dass Serientäter zum Teil auch nach mehr als einem Dutzend Verurteilungen den Gerichtssaal mit einer Bewährungsstrafe verlassen. Eine Bewährungsstrafe mit Verlaub, das ist für Typen wie die ein gefühlter Freispruch. Dementsprechend höhnisch lachen sie die anwesenden Opfer dann zur Krönung oft auch noch aus. Meine Damen und Herren, so, genau so züchtet man sich Verbrecher heran, die irgendwann gar keine Grenzen mehr kennen. Und dann haben wir auch keine Grenzen mehr im Inneren. Und genau so hüllt man das Vertrauen unschuldiger Bürger in den Rechtsstaat aus. Wenn der Staat das Recht nicht mehr durchsetzt, verliert er seine Legitimation bei den Menschen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen einen starken Staat. Wir wollen einen starken Staat, der uns alle vor solchen Tätern schützt. Wir wollen vor allen Dingen Opferschutz statt Täterschutz. Und wir wollen endlich wieder Sicherheit hier in Düren, in Nordrhein-Westfalen und in ganz Deutschland. Das ist das, was wir wollen, meine Damen und Herren. Und wenn man uns dann nachsagt, das sei Law-and-Order-Politik, na ja, klar, was spricht denn dagegen? Law-and-Order, Gesetz und Ordnung. Aber genau das wollen wir statt der Kuscheljustiz, über die die Bürger doch längst nur noch den Kopf schütteln. Jeder Täter muss merken, dass sein Handeln eben doch Konsequenzen für ihn haben wird und zwar im Wiederholungsfall auch sehr unangenehm. Wir brauchen also eine klare Null-Toleranz-Strategie, um unserer Rechtsordnung und ihren Grenzen wieder zur Geltung zu verhelfen, denn diese Grenzen sind mittlerweile eingerissen. Meine Damen und Herren, liebe Bürger hier in diesem Saal, ich kann Ihnen verbindlich sagen, sobald die Bürger der Republik uns mit Regierungsverantwortung betrauen, das wird noch eine Weile dauern, das geht nicht schnell, das wissen wir auch, werden wir diese Grenzen endlich wieder setzen in Nordrhein-Westfalen wie in Deutschland. Nun, der Vortrag war lang und es wäre noch trotzdem noch viel zu sagen, was alles schiefläuft in diesem Land. Nehmen Sie die völlig verkorkste Energiewende, die ich nur angedeutet habe, nehmen Sie die Rettung gieriger Investmentbanken mit Steuergeld, nehmen Sie die unabsehbaren Folgen des demografischen Wandels, nehmen Sie die durchgeknallte Gender-Politik und nehmen Sie vieles andere mehr. Allein die Zeit des heutigen Abends reicht dafür nicht aus, Sie merken, ich komme so langsam zum Ende oder auch schnell zum Ende. Dafür hat die Politik einfach zu viel falsch gemacht in den letzten Jahren, zum Teil auch Jahrzehnten. Es bleibt mir daher nur eines, den Appell an alle Menschen, guten Willens, diesem Treiben nicht länger tatenlos zuzusehen. Deutschland verspielt gerade alles, was es in den letzten Jahrzehnten aufgebaut hat und das ist nicht wenig. und es gibt nur eine Kraft, die sich diesem Wahnsinn in den Weg stellt, derzeit und das sind wir, die Alternative für Deutschland. Wir sind auf eine simple Formel gebracht, wir sind die Partei des gesunden Menschenverstandes, auf die so viele Bürger gewartet haben. Unterstützen Sie uns daher, dass mein Appell an Sie nach Ihren Möglichkeiten auf unserem Weg helfen Sie mit, denn noch können wir nach meiner Überzeugung das Ruder herumreißen. Ich bin mir aber bewusst, dass nicht mehr viel Zeit bleibt. Die kommenden Jahre bieten die letzte Chance, ich wiederhole, die letzte Chance auf eine Zukunft, die wir nach unseren eigenen deutschen Werten selbst und frei bestimmen können. in Frieden und Freiheit, in Wohlstand und in Sicherheit. Gemeinsam können wir unser Land so erhalten, wie wir es gewohnt sind, wie wir es für richtig halten und wie wir es unseren Kindern übergeben wollen. Das ist unsere Aufgabe, helfen Sie dabei mit. Herzlichen Dank. Machen Sie keine neun Minuten, wir sind nicht bei der CDU. Herr Prof. Dr. Meuthen, recht herzlichen Dank. Ich denke mal, ich spreche im Namen aller hier Anwesenden. Wir bedanken uns recht herzlich für Ihre tolle Rede. Die AfD wirkt tatsächlich. Ich nehme mal an, ich nehme nicht an, ich bin mir ganz sicher, Sie haben uns hier zu 100 Prozent aus der Seele gesprochen und tatsächlich wirklich jedes Thema angesprochen, das uns betrifft. Vielen Dank.